Norddeutscher Rundfunk 2021 Okay, ich will nicht so werden wie meine Eltern. Das steht schon mal fest. Und ich will auch keine Menschen ausbeuten. Eigentlich will ich ihnen helfen. Du musst von ihm weg. Das kann so nicht weitergehen. Das ist brillant. Naja, ich dachte, wir wollen beide in unserer Träume leben. Also brauchen wir eine Art Hauptquartier. Ein modernes Wolkenkuckucksheim. Ein Haus der Träumer. Papa? Spatz? Maja, ich dachte, du machst jetzt endlich mal was. Du hast schon wieder einen blauen Fleck. Ja, wo soll ich denn hin? Ich will das nicht mehr. Was willst du nicht mehr? Ich will mich endlich selbst verteidigen können. Essen, schlafen, Peligny. Essen, schlafen. Ich glaube, ich kann euch helfen. Hallo, da sind wir wieder. Und jetzt? Unser Ziel ist es, gemeinsam unsere Träume zu verwirklichen. Und das ist das Hauptquartier? Genau. Was kann da schief gehen? Ein wederliches Obdachlosenheim für Menschen, die nicht stark genug sind, für sich selbst zu sorgen? Hast du einen Traum? Ja. coerciongleichen haben Untertitelung des ZDF, 2020